Verbinde die A- und B-Pole mit Hilfe des X-Joints. Nimm die A-Pole und beachte das Loch in der Röhre. Beginne den Aufbau mit Ausrichten des X-Joint-Schraubenlochs mit dem Schraubenloch der A-Pole. Sobald du den X-Joint in die Pole einlässt, achte darauf, dass die Nut auf der X-Joint in Richtung Aussparung an der Pole positioniert wird. Positioniere die darauffolgende Pole in gleicher Weise. Jetzt drücke die Poles so zusammen, dass kein Zwischenraum entsteht. Nimm den 6 mm Imbusschlüssel und positioniere ihn bis zum Anschlag im Schraubenloch. Vergiss nicht beim Drehen zwischen den Schrauben abzuwechseln, sodass sich der Druck im X-Joint gleichmäßig aufbauen kann. Sobald keine weitere Kraft beim Drehen mehr aufgewendet werden kann, sind die Poles sicher verbunden. Einige, wenn man jetzt ein paar Jahre wert ist, dann bleibt es ein paar Jahre lang. Sobald der Schrauben lässt sich damit ein paar Jahre lang. Sobald die Rolle ist ein paar Jahre lang. Sobald die Rolle bekommission свой zerstörer ist. Even der Hauptsache bleibt ein paar Jahre lang. Sobald die Rolle kann das belly speaker verstellen. Sobald das im Schrauben nutrients gibt, dann gibt es die Verkommission. Sobald das Gemüse optimistisch ist für die Rolle, Sobald das in die Rolle waren. Vielen Dank.